In dieser Aufnahme geht es um die Sicherheit des E-Mail-Dienstes. Hierbei wollen wir uns zunächst mal angucken, wie der E-Mail-Dienst insgesamt aufgebaut ist. Und man wird jetzt gleich sehen, es gibt nicht das eine E-Mail-Protokoll, sondern E-Mail besteht aus mehreren Protokollen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Also wenn jetzt hier jemand eine Mail schickt, dann wird ein Protokoll namens SMTP verwendet. Also sozusagen Mail Reader bezeichnet hier jetzt so das eigene Mail-Programm, also zum Beispiel jetzt hier Mozilla Thunderbird oder Outlook. Und mit dem versendet man dann eine Mail an einen Mail-Server. Von dem Mail-Server, ja, da wird das erstmal in eine Warteschlange fürs Senden der E-Mails. Und der Mail-Server ermittelt dann sozusagen den anderen Mail-Server, wo es hin muss. Also wir nehmen jetzt an, dass jetzt Leute für die unterschiedliche Mail-Server zuständig sind, sich eine Mail in diesem Beispiel hier zusenden. Dann wird der andere Mail-Server ermittelt und die Mail dorthin übertragen. Auch das erfolgt wiederum hier mit dem SMTP-Protokoll. Also mit dem SMTP-Protokoll wurde jetzt ja die Mail dorthin übertragen. Die Mail landet dann in der Mailbox des Nutzers und bleibt da auch so lange, bis der Nutzer die Mail dann abruft. Also dafür hat man dann auch wieder den Mail Reader. Der verwendet jetzt allerdings ein anderes Protokoll, um Mails abzurufen. Entweder das Protokoll, das POP, das Post Office-Protokoll oder das IMAP-Protokoll, das Internet Message Access-Protokoll. Ja, also Sie sehen hier mehrere Schritte sind hier zu tun, um eine Mail zu übertragen. Es ist nicht so wie zum Beispiel beim Web-Surfen, wo man dann nur das Protokoll HTTP hat und das ist gleich Ende zu Ende, sondern bei E-Mail ist das in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Und so sieht das halt hier auch insgesamt aus, wenn da noch mehrere Leute hier dran beteiligt sind. Ja, jetzt ist die Frage, wie ist das denn jetzt mit der Verschlüsselung von der E-Mail? Und da ist es wiederum so, wie man es auch schon bei anderen Protokollen, wie bei FTP, Telnet beispielsweise oder auch dem HTTP hat, dass standardmäßig die Dinge unverschlüsselt übertragen werden. Deswegen hat man häufiger mal die Analogie mit einer Postkarte bei E-Mails, nämlich, ja, dass die Protokolle SMTP, POP3 und IMAP standardmäßig unverschlüsselt die Dinge übertragen und auch keine Authentifizierung der Kommunikationspartner erfolgt. Das heißt, hier kann ich dann eine ganz andere Absenderadresse zum Beispiel angeben und das wird nicht überprüft. Ja, man kennt ja sonst von dem World Wide Web die Verwendung von dem SSL-TLS. Da ist ja dann, wenn Sie das verwenden, sieht man ja dann HTTPS in der Browserzeile. Und die Frage ist, was kann man denn hier machen, wenn man diese Protokolle, wie die man eben gesehen hat, hier mit diesem SSL-TLS kombiniert. Und das können Sie auch als Nutzer dann in Ihrem Mail-Client einstellen. Wenn Sie da mal in den Einstellungen sehen, dann haben Sie sowohl jetzt beim Senden die Möglichkeit, das SMTP mit SSL-TLS zu kombinieren, als auch beim Abrufen können Sie IMAP und POP3 auch mit SSL-TLS zusammenbringen. Aber die Frage ist, inwiefern verbessert das die Situation. Und wenn man da nochmal hier zurückgeht auf das, was wir hier haben, dann kann ich halt nur diesen Bereich hier beeinflussen oder auch hier diesen Bereich. Das heißt, es ist nur eine abschnittsweise Verschlüsselung von mir zu dem Mail-Server. Da werden die Daten mit SSL-TLS verschlüsselt übertragen, aber dann liegen sie auf dem Mail-Server, also hier auf dem Mail-Server, da in diesen Boxen hier, hier und hier, liegen die Daten wiederum im Klartext vor. Das heißt, gelingt es jemandem, in den Mail-Server einzudringen, kann er dort meine Mails im Klartext einsehen. Und die weitere Geschichte ist, ich muss hier den Anbietern irgendwie vertrauen, dass die auch die Verschlüsselung hier zwischen den Mail-Servern da machen. Ob die die tatsächlich machen, das kann ich nicht überprüfen. Genau, also insofern, ja, da hat man diese Risiken, wie sie hier nochmal zusammengefasst sind. Und ja, und die Frage ist jetzt, was kann man dann noch weiterhin tun? Und, achso, die Frage ist dann, ja, kann man jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Web-Mailer nutzen? Da hat man ja dann, da hat man ja nicht direkt dann SMTP und POP3-IMAP, sondern HTTP. Und dieses kann ich auch durch eine Kombination dann mit SSL-TLS ja zu dem HTTPS hier machen dann. Aber trotzdem bleibt das grundsätzliche Ende-zu-Ende-Problem. Denn die Netzkommunikation, die ich jetzt mit so einem Web-Mailer mache, die erfolgt ja dann auch zu dem Mail-Server. Und trotzdem habe ich dann halt die Situation auf dem Mail-Server, sind die E-Mails unverschlüsselt und, ja, und wie dieser Mail-Server die Mails an andere weiterleitet, das kann ich hier überhaupt nicht kontrollieren dann. Also die Ende-, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe ich hier nicht dann. Ja, es gab dann gewisse Initiativen zur Verbesserung, die man auch sprachlich hier auseinanderhalten muss. Einmal die Initiative E-Mail Made in Germany. Das war jetzt eine Vereinbarung zwischen einigen Providern, unter anderem der Telekom 1&1. Und dass die E-Mails zwischen ihren Mail-Servern verschlüsseln. Das heißt, wenn ich nochmal auf das Bild zurückgehe, sozusagen in diesem Bereich hier, zwischen den Mail-Servern, da sagen die jetzt hier, wir verschlüsseln hier. Und außerdem sind da die Mail-Server in Deutschland da. Aber es ist trotzdem keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Man hat weiterhin die Situation, die E-Mails liegen im Klartext vor, auf den jeweiligen Mail-Servern hier und auch hier dann. Eine andere Sache ist dann die DE-Mail. Also diese Art von Kommunikation, die wird in Zukunft dann als verlässliche Kommunikation durch die Regierung angesehen. Und insbesondere hat man hier eine Auslieferung, die dann rechtlich verbindlich ist. Sodass man dann nicht mehr behaupten kann, ja, man hätte jetzt diese E-Mail hier nicht gekriegt. Das kann man jetzt, wenn man an diesem technischen System teilnimmt, hier nicht behaupten. Und ja, es hat sozusagen einen gleichen rechtlichen Status wie die Auslieferung mit der Post. Okay, was kann man jetzt aber als Privatnutzer oder als Firma machen? Wenn man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben will, dann hat man seit langem als Privatnutzer verfügbar das PGP, das Pretty Good Privacy, beziehungsweise dann eine Open-Source-Implementierung, das OpenBGP. Hier stehen starke kryptografische Verfahren zur Verfügung, also insbesondere so eine hybride Verschlüsselung und eine Integritätssicherung. Und das Ganze ist auch relativ einfach zu installieren. Hier hat man den Fall eines sogenannten Web-of-Trust-Ansatzes. Das heißt, hier gibt es keine zentrale Stelle, der man irgendwie vertrauen müsste, sondern das Ganze bildet sich so, dass man dann anderen Nutzern vertraut und die vertrauen dann gegebenenfalls wieder anderen Nutzern, dass sich das so dann weiterentwickelt. Allerdings ist das Ganze dann auch insofern problematisch, dass die Schlüsselverwaltung nicht ganz einfach ist. Hier können auch falsche Schlüssel irgendwie bekannt gegeben werden. Also ob die öffentlichen Schlüssel, die ich jetzt von jemand anders habe, um den Nachrichten zu senden, ob diese Schlüssel dann tatsächlich die öffentlichen Schlüssel von dieser Person sind, das weiß ich nicht ganz genau. Da können halt falsche öffentliche Schlüssel irgendwie herumgeistern. Und wenn ich die verwende, schicke der Person was, dann kann die Person das halt nicht entschlüsseln. Und außerdem ist es hier relativ schwierig, Schlüssel zu widerrufen. Also nehmen wir jetzt mal an, ich mache jetzt hier das PGP und habe jetzt auch schon vielen anderen Leuten meinen öffentlichen Schlüssel irgendwie mitgeteilt. Die haben den bei sich abgespeichert. Und jetzt ist ein erfolgreicher Angriff auf mein Endgerät, sodass ich mir nicht mehr sicher bin, hat jemand vielleicht meinen privaten Schlüssel entwendet, dann möchte ich den Schlüssel halt wieder rufen können, sodass die anderen Leute den dann nicht mehr verwenden sollen. Aber ja, das entsprechend hier herumzuschicken, dass jeder das mitgekriegt hat, dass dieser Schlüssel nicht mehr gilt, ist halt nicht ganz einfach dann. Die Alternative für Organisationen ist das S-MIME. Da kann man dann innerhalb einer Organisation eine zentralisierte Zertifikatsverwaltung machen. Alle Teilnehmer kriegen dann Zertifikate. Und da habe ich sozusagen dieses Vertrauensproblem gelöst. Aber insgesamt funktioniert das Ganze dann nur innerhalb einer Organisation. Und da habe ich sozusagen diese Hinsicht. Die Hinsicht. Und da habe ich sozusagen das Vertrauensproblem leben. Vielen Dank.